So, willkommen zurück bei Amigo Gaming und Alien Swarm mit einem Simpel und ja, ich hab ein Kumpan dabei, den Sky Ace. Ja, der nicht so unbedingt laut ist, aber naja, ok. Ja, fangen wir mal an. Und jemanden, der gerade im TS3 schon mit neuem ist. Dumme Viecher. Ich schmache es euch. Ich bin hier ganz sympathisch. Haha, ist klar. Die kommt hier so ähnlich, wa? Genau, irgendwie haben die mit mir was gemeinsam so. Gleich als Stammbaum oder so, ich hab keine Ahnung. Kommt vor. Ja, beim Nachladen kommen die Viecher von hinten, ey, ich war wieder klein. Warte, mach dann erstmal hier schön die Tür zu. Ja, sonst muss reinkommen, ne? Tu dies. Achso, ja. Haha, ich wollte dich jetzt nicht ausschließen. Ja. Connection Problem, auch nicht schlecht. Ja, ok. Tür zu. 2D. So, dann macht das ganz nämlich noch einfacher. Und ja. Ja, toll. Jetzt ging halt schnell und dann hab ich die Tür zugemacht, ey. Scheiß. Ah, du kannst aus dem Fenster raus schießen, ne? Passt schon. Ja, gleich fällt aber die Tür um, ist ja geil. Kommt die ganzen Monster rein. Da steh ich drauf. Ja, das glaub ich dir. Ne, ne, wo kam das denn jetzt her? Was macht der da? Ich glaub der hat Spaß. Wir sind ja nur ein paar, ne? Ja, das sind viele. Bam. Ja, wow lecker, ne? Kannst du durch die Wände gucken. Hahaha. Ja. Tau, Spitzenklasse hier, ey. Mach die Tür wieder offen hier oben, ne? Dann kommst du gleich direkt nach. Ja, passt. Ja, ne. Ja, ne. Ich wollte erst noch durch Frecks, ey. Ja, tut mir. Wie sagt er, wie sagt er, der bin letztens, ich bin Frecker, ey. Mann, hä, ne? Da ist ja auch so. Ist ja auch so... ... Runde geflogen. Durch fuck bin ich da fast wieder nieder, ey. Michi? Jaa. Ich glaub, der weiß ja nicht hinter dem Stand. Also, der kommt grad auf mich zu. Weiß ihn nicht. Das ist vielleicht auch ein Cheater. Der hat ein Vorling von hinten. Und ich krieg das Ding nicht tot, ey. Jo, geschafft's. Ja, endlich. Dreht weiter. Dann haben wir hier kurz stehen hier oben und machen den letzten Mops noch fertig. Jo, das geht ganz schnell. Zack, zack. Warte. Okay. So, jetzt durchrennen wir dann wie vorhin. So. Ja. Ja. Dring mich ab, ist alles kein Problem. Jetzt seh ich genauso wie du. Wie schön, wenn wir uns da einig sind. Ich will jetzt noch nicht mein Leben lassen, ey. Ich will jetzt noch nicht mein Leben lassen, ey. Ich will jetzt noch nicht mein Leben lassen, ey. Ja, so. Oh, ich will jetzt noch nicht mein Leben lassen. So, jetzt wieder so. Oh. 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 Und wenn ich mal voll nicht dran. Oh, tot. Huhu. Nein. Ähm, lassen wir das. Heute nicht. Nee, heute nicht. Ist ja课inhof! Zerhigt aus, aufh. Ja, danke danke. Alles kein Problem. Leben. Ja, hoffe ich doch. Ja, haha. Mit dem letzten Schuss habe ich ja noch angefackelt den Typen. Ja, was machst du da? Komm. Ich könnte das niemals, ich könnte das niemals verkraften, Lebewesen auf meiner, auf meine Kappe zu nehmen, also. Ja, ne, ist klar. So, das war Chapter 3 mit Simple und Sky. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bei Amigo Gaming. Tschüss.